jetzt bin ich erstmal gespannt wer ich bin oder was ich was ich bin ich bin mir so sicher dass du traiter bist ich nee sonst hätte ich schon längst irgendjemanden getötet und ist noch kein schuss gefallen genau deswegen macht sich ja so verdächtig mich warum ich sitze nie den ersten schuss ich bin jetzt wenn er hier reinkommen ich sehe niemand aber ich glaube dass das in euch laufen nach weil ich so gut muss sicher irgendwo kämpft mit einer sniper und wartet auf der nächstes opfer er erschießt er trifft du hast schüsse gehört hast du schüsse gehört er schießt mich ab was wo bist du bist du ich bin irgendwo mitten auf der fläche ich habe keine moni mehr gar keine moni ich habe gar keine moni mehr vergessen wie der heißt okay wenn er entgegenkommt bekomme ich den schreien vor was ich schwör jetzt auf alles dass ich nicht später bin ich bin auch ganz sicher nicht später ich habe keine moni ich habe keine moni komische zitrone hier hier liegen zwei leichen ich habe voll angst ihn zu begegnen wem denn ich ich habe hier bisher eingetöten der war leider in der hat aber mich als erstes abgeschossen und wirklich frage legst du nein da war echt nur ja das erinnung gewesen sein heute kann ja stimmen vielleicht was dort wird dann hast du darüber gefreut warum sollte ich mich darüber freuen alle punkte bekommst ach so ich bin nie aufgefallen und kein gestorben ich bin die leite runtergefallen ich wusste also das was und nur du warst am leben nur noch du echt echt ne lol noch mehr ne nur noch du mann wie kann ich denn da runterfallen scheiß das war so gut ich hatte so ne geile posy oh mann diese map finde ich auch geil ok die kenn ich gar nicht die kenne ich voll gut waffen finden ich habe schon eine glaube ich ne so ein oh mann das wäre so geil gewesen der fällt einfach mal von der stiege runter mann z ja ja die sind alle gelöftert Oh, warum sind die alle gelöftet? Okay, kann ich nicht benutzen? Ich sehe hier aber auch niemanden. Alter, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, ich bin vollkommen neuerst, wo bist du? Aber ich glaube, wenn wir jetzt zu dritt sind, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir die Runde... Ah ne, jetzt sind mehr drauf, okay, jetzt sind wir zu fünft. Dann beenden wir doch nicht die Runde. Machen wir vielleicht noch die Runde, also fünf Runden machen und dann würde ich sagen, mal eine Pause, oder? Ja. Alles klar. Oh, lol, lol. Oh, lol. Oh, lol. So. Ach Gott, hier kann man auch noch nach draußen. Okay, da gab es einen kleinen Leck. Man leckt es immer, wenn ich schieße. Echt? Ja. Alter, gib mir aus den... Augen. Ich hab gar nichts, doch hier, als ob ich eine Sniper. Ich hab auch gar nichts. Ich bin inner. Und tot? Hä? Tot? Du bist nicht tot. Ich hab nur gefragt, ob du tot bist. Nein. Weben alle. Ich bin innocent. Wo? Wo? Lol. Wer war Traitor? Der, der, der was am Boden liegt. Lol. Hast du denn, was du bist oder was? Ich hab ein Kind, ich hab, ich bin so gestanden. Ich hab mir so gedacht. Sieht irgendwie verdächtig aus. Kill man mal. Okay. Natürlich. Und ich kam grad von der anderen Seite. Scheiße. Muni leer. Wie spät haben wir's? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß auch nicht, wie spät sich das ist. So. Oh. Ich bin Traitor. Doch. Okay. Ja. Hier. Was ist dieser Moku? Der Moku, der war vorige Runde schon. Da mach ich mir keine Sorgen. Enno? Ich auch. hast du oder ne war ich nicht war ich ganz ja nicht nein ich hatte keine muni mehr leute ich bin erst mal gespannt wie groß die werden alles die mehr groß aber ich denke mal die die wenn kleiner sein was die minecraft folgen meint ja ich denke schon warum weiß ich nicht weil sie die auch immer so war und also ich denke nicht das ist hier eine anspruchsvollere grafik hat als sind sie die die habe ich auch immer in 20 minuten oder so geladen mit einem schlechten internet damals hatte ich noch das alte gerne okay hier war schon niemand und ich bin ich meine waffe ne der war gerade ich würde ich mir gerne was haben ich habe eine okay da bist du ja ich ja ich ja ich ja da komme ich die drohne hier glaube ich auch sommer und sommer war sie in der runde davor ok zitrone ist es nicht sommer aber ich habe jetzt trotzdem gekillt weil er mir hinterher gelaufen ist ja was dann bist du traiter er ist mir nur hinterher gelaufen ich bin mal gespannt wer traiter war oder ist ja das bin ich auch wenn du hier reinkommst ich muss dich töten ich komme nicht rein komme ich rein um ganz sicher irgendwie irgendwie vertraue ich dir nicht kann ich vertrauen und wenn du das kannst du mich abschießen ist ich nicht ab ich ziehe ich ziehe weg da kommt eine das ist auf dich ja ja kein problem ja ich weiß erst später den lor ist mir groß gefallen Oh, sorry, sorry, sorry. Ich muss hier bloß reinkommen. Alter, was ist jetzt los? Alter, Frame-Einbruch. Und, was ist jetzt los? Die sind beide Traitor, glaube ich. Also, Frame-Einbruch. Wo bist du? Ich habe 15 FPS. What the fuck? Was ist jetzt los? Äh. Bei dir nicht? Nee, ich habe ganz normal 50. What the fuu? Was ist jetzt los? Ich warte mal auf die nächste Runde. Ja. Äh, kommt die jetzt, oder? Alter, okay. Vermüte. Okay, das geht gar nicht mehr. Alter, 10 FPS, warum denn? Oh, ich glaube, ich glaube, meine Speicherkarte, oder meine Dings ist voll. Ja, ich glaube auch. Ähm, deshalb würde ich einfach mal... Alter, das druggelt ja. Ähm, deshalb war es das hier erstmal mit der Aufnahme. TTT, erste Runde. Ähm, ein paar random Killer waren natürlich dabei. Ähm, ist natürlich keine Frage. Wir spielen natürlich nur zu zweit. Wenn wir natürlich einen eigenen Server hätten, das wäre natürlich alles viel geiler. Wenn wir alle miteinander reden könnten. Ja. Aber vielleicht finden wir ja noch irgend... Ähm, finden wir ja noch Leute, die das zocken. Und die halt mit uns aufnehmen. Und vielleicht hat der ja jemand einen eigenen Server. Wer weiß. Mhm. Und, ähm, deshalb würde ich einfach mal sagen, schaut auf jeden Fall auch bei Trissi vorbei. Der Kanal ist natürlich unten in der Beschreibung, wenn ich das jetzt nicht so lecken würde. Alter. Bei dir wird's ja auch hochgeladen, zweitig weiß. Deshalb ich werd's... Peinlich, peinlich. Ähm, deshalb einfach mal da vorbei gucken. Genau. Und, ähm, ich guck's mir auf jeden Fall bei Trissi auch an. Wie oft's ihr gelogen hat. Ich hab nicht oft gelogen. Ja, ich glaub zwei oder dreimal. Ja. Aber, da das jetzt so ruggelt, müssen wir jetzt leider abbrechen. Und ich würde einfach sagen, dass wir dann uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ich wünsche euch bis dahin einen schönen Tag. Und, ja, macht was draus. Was für sich. Geht feiern. Ja, einfach mal so, ähm, zwölfjährige zum Feiern animieren. Kauft euch TTT. Äh, nee, kauft euch Gary Smart. Gary Smart und Counter-Strike Source. Genau. Jetzt wird's, jetzt wird's wieder gehen. Toll, klasse. Ähm, aber wir hören jetzt hier auf. Und, äh, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Tag. Und, bis nächstes Mal, tschüss. Tschüss.